Willst du dir vielleicht auch erstmal hier ein bisschen bessere Rüstung machen, Schatzi? Du hast nicht genug Geld. Danke. Bitte. Ich hab mich auch verstanden. Ich geh mal unseren Garten säubern, der ist voll mit Viechern. Ah! Nein, die Viecher kommen! Ah, die Viecher kommen! Ah! Ich muss mal auf, so zu schreien. Das muss ich noch alles ein bisschen dramatischer machen. Ich hab keinen Bock mehr auf Savanna. Na, geht Savanna auch? Nein! Wüste! 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 Das ist ein ganz kleiner Dessertplanet, da fliege ich jetzt hin. Oh, ich hab nicht genug Kohle. Oh, Moment. Ich hab, glaub ich, noch ein bisschen was gesammelt. Ich hab 77 Fuel. Ah, allzu viel werde ich... Oh, ich bin aufs falsche Schiff. Schiffi, Miffi, Piffi. Oh. Hm, jetzt haben wir 137. Reicht nicht, glaub ich. Oh, nein! Was hast du getan? 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 Ich weiß es nicht. Wir fliegen irgendwo hin. Oh, Mann! Oh, Mann! Wie! Was ist das denn? Hm? So ein coolen Schleimball. Cell Material. Okay. Okay, was? Okay. Was auch immer. Ich habe noch ein Medical Kid, was mich heilen kann. Ich habe null. Null! Und ich kann mir Drogen geben. Ich brauche schon Heilung. Ich habe ein stylisches Kopftuch. Mehr brauche ich nicht. Sag mal, hast du immer noch einen Bronzenhelm? Ähm. Ehrlich jetzt? Ja. Oh Mann. Was? Oh Mann. Wo sind wir jetzt hingeflogen? Auf einen Planeten. Auf dem falschen. Zum Glück hat das kein Fuel verbraucht. Was hast du vor? Ja, Desert? Ach so. Uh, das Ruinen fällt. Ich lecke bei dir rum. Ich lecke bei dir rum. Ja, aber du hast das Ethernet-Kabel nicht benutzt. Ethernet-Nit. Ethernet-Nit. Beta-Mendragol. Oh, oh. Oh, doch nicht. Ja? Aber da ist so Gewäsch drüber. Was bedeutet das? Das war ein... So Gewäsch. Uns fehlt Kohle. Wir sind hier gefangen. Wir kommen hier nie wieder weg. Wir könnten einfach auf den Planeten gehen und Kohle sammeln. Oh, warte mal. Pff. Oh, warte mal. Äh, Energy Dash. Ja, ja. Palz-Jump, du. Palz-Jump. Hehehe. Jetzt habe ich schon zwei. Hui! Ich gehe hier gucken. Wo? Auf dem Planeten, über den du uns geflogen hast. Es war der, wo wir vorher auch drauf waren. Ach so. Pff. Ist das hier die Höhle, wo wir so lange... Wahrscheinlich. Ich will hier raus. Scheiße. Hallo. Ist ja ganz schön teuer. Was? Der Typ hier. Ich habe mir da Bomben gekauft. Besser was, du so wenig Geld. Was? Das erklärt einiges. Was? Was ist denn mit deiner Rüstung, hä? Hast du da schon mal drüber nachgedacht? Ach, ich habe Skill. Und dann meckern, ne? Und sterben. Ich habe Skill, ich brauche das nicht. Ja, ja. Und dann stirbt er wieder. Quasi, ich kann. Was? Guck mal. Wow. Die greifen mich jetzt gleich wieder an. Die hassen mich. Aber ich will hier hinterherlaufen. Hallo? Hallo? Magst du mich? Einfach ohne Waffe durchlaufen. Ja, bin ich doch. Ganz normal durchlaufen. Nichts drücken. Dann irgendwann erkennen die mich und hauen mich. Komm. Wow. Ganz viel Text. Wo willst du denn hin? Wo willst du nur hin? Was ist das? Im Dorf vorbei. Hier ist die Schwerkraft zu hoch. Das ist ja voll schlimm. Kann ich nicht mehr dashen? Oh, jetzt. Ich habe keine Energie mehr. Manchmal leckt der Server heute. Ja. Weil du das Ethernet-Kabel nicht. Weil ich das Ethernet-Kabel nicht. Ich weiß nicht mal, wo das ist. Das liegt bestimmt da rechts hinter dir. Bestimmt. Däsch doch, du Sau. Heute ist das Spiel echt zickig. Haben wir die Tue da schon leer gemacht? Sieht aus wie ein Herzteil da hinten. Oh, ein Herzteil. Was ist das? Dann wunderst du dich, dass du angegriffen wirst. Ich habe doch gar nichts gemacht. Mann. Nein, ich bin die Treppe hochgedasht. Mal auf auszurasten immer, ey. Ich bin aber heute ausrastig gelaunt. Ich merke es schon. Ich bin da einfach mal zu Ende. Ja, hier ist es jetzt vorbei, hier. Schnur, schnur, schnur. Wann nicht schon mal komplett rumgelaufen? Ja, ne? Komm, schnur, komm, schnur. Weiß ich nicht. Komm, schnur, komm, schnur. Hier ist Kohle. Ich bin jetzt mit sieben Fackeln. Ich habe keine einzige dabei. Hier unter. Oh, hier ist auch voll viel. Ja, sechs Pixeln. Geh mal weg. Ich bin reich. Geh mal weg aus dem Loch. Hilfe, Hilfe. Oh nein. Ich bring der Bombe hinterher. Weg da. Warum machen wir das in so einem Wasserloch? Spaß macht. Okay. Okay. Wenn du das sagst. Ich habe da Spaß. Okay. Darf ich jetzt den Knaller zünden? Oh nein. Den Knaller. Bitte nicht da. Moment, ich mache das Wasser mal weg. Oh Mann. Oh Mann. Guck mal, da ist das Wasser doch schon weg. Da ist Kohle. Ja, da will ich mal dran. Mit Bomben. Oh Mann. Das kann sich nur um Stunden handeln. Ich mag Bomben. Ich bin sicher, dass du das machen willst, was du da gerade tust. Ich buddel ja von dir weg. Ach so. Ich könnte so gut da reinwerfen. Hä? Ich könnte so gut in deine Öffnung da oben werfen. Lass meine Öffnung in Ruhe. Oh verdammt. Wehe ey. Ich warne dich. Ich brauche jeden Pixel. Oh. Oh oh oh. Fall nicht runter. Nein. Nein. Oh Gott. Das ist ein Gegner. Das sind zwei Gegner. Mhm. Ich schieße die mal ab. Hm. Und tot. Ja, eure Pixel. Ja, das ist sicher. Hallo. Hallo. Ich seh nix. Ich leuchte. Ich leuchte. Du buddelst. Du hast die Diamantspitzhacke. Ach so. Ja, okay. Mit der Taschenlampenhalter. Mach halt meine Spitzhacke kaputt. Es war lustig immer aus dem Wasser zu springen, weil es in die Musik so... Irgendwie ist da nur Wasser. Ja, ist okay. Du musst mal leuchten hier. Ähm, ich... Ich hab Angst zu trinken. Oh, ist das tief. Oh Gott, ist das tief hier. Nein. Kannst du mal sagen, wenn das Wasser runtergeht. Oh, ist das Diamant? Oh, Diamant. Dass wir so lange... ...so gute Lungen haben. Ich leuchte mal nach rechts hier. Ist hier was? Irgendwie Freiheit. Ach, hier ist Luft. Luftloch. Was ist denn bei dir? Ja, die Musik geht doch immer anders, wenn man aus dem Wasser kommt. Beim Wasser ist die so dumm und dann, wenn du rausgehst, ist die so... Das findest du toll. Wenn du das hintereinander machst, hast du lustige Geräusche. Ist klar, dass die hier nie wieder wegkommen. Ja, klar. Wie immer halt. Taschenlampen ist ganz schön crappy. Ja. Oh, Loch. Oh, mehr Wasser. Mehr Kakao. Oh, war ich das? Ähm. Möglich. Oh. Oh, Pixel. Die wir alle verlieren, wenn wir wieder raus wollen. Dieser Schatten-Effekt. Kann ich mit der Taschenlampe hauen? Ah, guck mal. Du kannst die zweihändig tragen. Mein Schwert. Ja. Oh, es macht Licht. Dein Schwert macht Licht. Flacker, Flacker. Oh, das war so viel Kupfer. Da ist ganz viel Kupfer. Nimm mit. Das können wir in Pixel verwandeln. Erstmal auf, so Licht zu machen. Da drehst du durch und mein Video wird größer. Disco. Heute, meine Damen und Herren, sehen Sie nur diesen kleinen Lichtkegel des Spiels. Das ist gar nicht schlimm. Den muss man auch nicht sehen. Nö. Das macht das alles viel atmosphärischer. Ähm. Hallo? 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 Habe ich noch eine gelbe Spritze? Hallo? Oh. Hilfe? Sia, ich brauche dich nicht mehr. Arschloch. Ja, lass mich im Dunkeln zu wollen. Ich komme wieder. Ist recht. Ich falle jetzt hier gleich ins Loch. Das passt schon. Warte, ich gucke nur, was hier ist. Hier ist nichts. Ich komme runter. So. Will ich mit eigenen Augen sehen, wie da nichts ist? Da ist nichts. So. Ich habe jetzt keine Lust mehr auf dich. Du bist immer gemein zu mir. Hier ist alles gar nicht mehr ein. Okay. Ich buddle mich ein. Tschüss. Seht ihr, wie gemein der immer zu mir ist? So ist der immer zu mir. Das habe ich dir eigentlich freigelegt. Ich leuchte nicht mehr. Tja. Tja. Mach auf einmal wieder den Taschenlampenträger. Ja. Hm? Guck mal hier hoch. Hast du die ganzen Dinger jetzt eingesammelt, die da runtergefallen sind? War das viel? Es hat manchmal ein bisschen Klopp gemacht. Können wir weitergehen? So. Ein bisschen. Mann, oh. Mann. Das Gold. Da kommt das Sand raus. Oh, da kommt das ganze Zeug, was wir gerade nicht gekriegt haben. Oh, schnell. Oh mein Gott. Das ist so viel. Das war einiges. Nur Kohle haben wir nicht. Ich habe 13 Kohle. Ich habe 8. Oh, ich höre Schafe. Schafe. Wo ist das Licht? Tja, aus. Aus. Batterien leer. Hallo? Hallo? Das ist so creepy, hier so durchzugehen. Oh, Lava. Ah! Jetzt habe ich wieder Licht. Ah, da ist die Kiste. Kiste. Ich mache das nicht weg. Scheiße, man kann sich da nicht mehr so durch. Nein, nein! Es war nur ein Crystal Chest Blueprint und Crystal Chair Blueprint. Und die Crystal Chest nehme ich mit. Die ist cool. Dann nimm den Chair auch mit. Ich habe beides mitgenommen. Ach so. Da unten ist was in der Lava drin. Guck mal. Schön. Guck mal da. Guck mal aber nicht ran. Hoch! Was hast du getan? Ich bin fast tot. Scheiße, was war das denn? Ich will nicht weiter hoch. Ich will weiter runter. Da ist aber Lava. Du kannst nicht durch die Lava schwimmen. Ich habe dir das doch schon öfters erzählt. Oh Gott. Oh, da war was drin. Ja, da war einiges drin. Monsties. Was sind die böse? Affenmonsties. Tot. Böse, böse Affenmonsties. Wir können auch versuchen, wieder hochzukommen. Und dann? Mal irgendwie Fackeln organisieren. Oh, Kohle! Oh Gott. Ich habe noch eine Fackel. Es ist so toll. Ich liebe... Oh, Kohle. Kohle, 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 Kohle. Ich liebe Sonnen. Nimm die Fackel mit. Nimm die Fackel mit. Setz dich hier unten nochmal hin. Ja, mach ich auch. Ja, mach ich auch. Ich will ja nix. Oh, Kohle. Ich bin ein bisschen eingebuddelt. Wir machen jetzt Fackelsparen. Recycling. Moment, ich hole die Fackel wieder. Oh Mann. So ist das schön. Wir kommen zwar nie wieder raus, aber... Naja. Ist da noch irgendwas tolles? Nee, nur Magmagestein und da will ich jetzt nicht... Komm. Hilfe. Hilfe! Der Sand. Oh, oh, oh. Eisen. Eisen. Sind das nicht wenig? Und Kohle. Nein, Eisen. Ich kann 20 Fackeln machen. Theoretisch. Ich kann 26 machen. Ich mach jetzt 10. Dann... Ach nee, 20 sind das. Ja. Ja, das ist... Okay. Wie bei dir andere Musik ist. Wie bei dir andere Musik ist. Ich... Wie bei dir andere Musik ist.